Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchella und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chief and Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Und für diesen müssen wir Lady Inerva, Dunkelader im Schloss Nasria auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher bezwingen, nachdem wir den dunklen Animus besiegt haben. Was müssen wir dafür genau machen? Und zwar, wir müssen erstmal den dunklen Animus herbekommen. Wo kriegen wir den dunklen Animus her? Und zwar brauchen wir ein Pet dafür. Und dieses Pet schimpft sich einfach Animus oder Sohn des Animus besser gesagt. Und diesen Sohn des Animus, den droppt der Animus im Thron des Sonners. Das ist einfach ein Pet Battle, also ein Haustier. Und dieses könnt ihr euch einfach selbst farmen oder im Auktionshaus kaufen. Ist mittlerweile auch nicht mehr so teuer. Es braucht aber nur einen Spieler aus der Gruppe. Dementsprechend alles kein Stress. Wie läuft das Ganze? Also bevor ihr den Kampf anfangt, packt einer dieses Haustier aus. Am besten wirklich nur einer, wenn es mehrere machen, weiß ich nicht, ob dann mehrere jetzt kommen. Also lieber nur einen. Einer packt das Haustier aus. Dann fangt ihr den Kampf an. Dann rennt ihr ein bisschen rum, sammelt Anima, der Animus. Bleibt dann stehen an der Stelle. Und dann müsst ihr, ja, den Kampf ganz normal runterspielen. So nach etwa ein bisschen über vier Minuten spawnt dann der Animus. Und was passiert dann? Er wird dann groß und ihr könnt ihn angreifen. Die Tanks sollten ihn schnell ranspotten. Und ihr solltet dann gucken, dass ihr eure CDs am besten dafür spart und ihn mit Heldentum umboxt. Denn der kann auch schon ganz schön reinhauen. Er hat ein paar eigene Fähigkeiten. Unter anderem, was wir vom Animus aus Thron des Donners schon kennen. Er hat diesen komischen Ring, wo ihr rauslaufen müsst mit den Kugeln. Wenn ihr da zu langsam rauslauft und zu viele Kugeln fresst, kriegt ihr halt einen Debuff mit einem Haufen Schaden. Also da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Und ja, wenn ihr den relativ schnell umhaut, dann passiert da nicht viel. Dann könnt ihr eigentlich den Kampf ganz normal fertig spielen. Ihr solltet halt bloß schauen, dass ihr am besten CDs drauf spart. Dann solltet ihr kein Problem haben. Sonst spielt ihr den Boss einfach ganz normal danach noch runter. Tötet ihn, heimst das Achievement ein. Das war's. Mehr braucht ihr eigentlich nicht. Und ich würde euch nicht raten, rauszufinden, was passiert, wenn quasi mehrere Leute den Animus auspacken. Gut, das war's soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv wertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.